Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon Kabelkanal Set 10x40 cm zum testen bekommen. Es sind auch die Dübel mit dabei und ein Doppelklebesilikonband ist auch noch mit dabei. Schauen wir uns die Teile mal genau an. Jetzt sehen wir hier die kompletten Teile, Dübel in kleinen Folien drin. Also Schrauben sind auch mit dabei. Also wenn jemand das nicht kleben will, dann haben wir ein Doppelklebesilikonband. Das ist komplett aus Silikon, das klebt wirklich sehr 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 gut. Also muss ich ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen gehabt. Aus Silikon Doppelklebeband, aber der klebt wirklich ultra gut. Das ist einmal ein sehr guter Vorteil. Und Daumen hoch hier. Und dann hätten wir die anderen Teile, so kleine Winkel halt, abgerunderte Winkel. Alle T-Stücke haben wir mit noch dabei. Und dann den restlichen Teile. Alles ist dabei, was man da eigentlich brauchen kann. Und die von der Verarbeitung her sind die wirklich sehr 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 gut. Also ich habe da nichts zu sagen. Das Material ist sehr gut, sehr stabil. Also kein billiges Material hier, der gleich aus der Hand fliegt und kaputt geht. Nein, und der Kabelkanal selber schließt auch sehr gut, also ultra gut. Wenn man das einmal geschlossen hat, geht auch schwer auf. Also muss man wirklich Kraft aufwenden, damit es aufgeht. Oder man schiebt es einfach von einer Seite zu einer Seite. Also ich bin sehr zufrieden damit. Von mir gibt es hier vier Sterne, ich meine, sorry, fünf Sterne und ein Daumen hoch eigentlich. Weil das nichts Negatives da gefunden habe. Also ein Top-Produkt kann ich nur weiter empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.